Wusstest du, dass die meisten Sportwetter nicht an schlechten Tipps scheitern, sondern an schlechten Bankroom-Management? Ja, du hast richtig gehört. Heute zeige ich dir, wie du dieses Schicksal vermeiden kannst. Wir werden die Grundlagen des Bankroom-Management kennenlernen, verschiedene Strategien erkunden und häufige Fehler vermeiden. Am Ende wirst du nicht nur besser vorbereitet sein, sondern auch mit einem klaren Plan und Selbstvertrauen in deine Wetten gehen. Sei gespannt, denn heute lüften wir die Geheimnisse des Bankroom-Management. Vielleicht hast du schon einmal davon gehört, aber was genau verbirgt sich denn hinter diesem Konzept? Bankroom-Management ist im Grunde genommen die Kunst, dein Geld so zu verwalten, dass du langfristig erfolgreich wetten kannst und deine Gewinne maximieren kannst. Es geht darum, klug zu handeln, deine Wetten strategisch zu platzieren und vor allem deine finanziellen Grenzen im Auge zu behalten. Klingt doch eigentlich ganz einfach, oder? Doch glaub mir, die meisten Menschen unterschätzen die Bedeutung dieses Aspekts. Warum ist Bankroom-Management so entscheidend? Es ist der wichtigste Aspekt beim Sportwetten. Denn hier liegt der Unterschied zwischen einem Gelegenheitswetter und einem Profi. Es ist der Unterschied zwischen einem kurzfristigen Gewinn und langfristigem Erfolg. Warum? Weil nur ein vernünftiges Bankroom-Management euch vor den Fallstrecken des Glücksspiels schützt. Es hilft euch, eure Verluste zu minimieren und eure Gewinne zu maximieren. Es gibt euch die Kontrolle über eure Wetten zurück und macht euch unabhängig von Emotionen oder impulsiven Entscheidungen. Profis, diejenigen, die Jahr für Jahr kontinuierlich Gewinne erzielen, tun dies nicht nur aufgrund ihrer Wettkenntnisse, sondern vor allem aufgrund ihrer Fähigkeit, ihr Geld bestmöglich zu investieren. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie auch du dieses Geheimnis entschlüsseln kannst. Erst einmal, setze niemals mehr als einen bestimmten Prozentsatz deiner Bankroll. Dies ist eine goldene Regel, die jeder ernsthafte Sportwetter unbedingt befolgen sollte. Warum ist das so wichtig? Indem du nur einen kleinen Prozentsatz deiner Bankroll auf eine einzelne Wette setzt, schützt du dich da zwangsläufig vor großen Verlusten. Selbst wenn eine Wette mal schief geht, dann wird deine Bankroll nicht so stark beeinträchtigt und du kannst dich trotzdem wieder schneller erholen. Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Disziplin. Ja, Disziplin ist der Schlüssel zum erfolgreichen Bankrollmanagement, hat man vielleicht schon mal gehört. Aber es ist einfach verlockend, große Wetten zu platzieren. Besonders, wenn du dir sicher bist, dass du gewinnen wirst. Aber hier kommt dann eben die Disziplin ins Spiel. Selbst wenn du ein sicheres Spiel hast, dann musst du immer deinem vorher festgelegten Einsatzplan treu bleiben. Du hast sicherlich schon absolut verrückte Spiele erlebt, die komplett unfair ausgegangen sind und du zum Beispiel in der letzten Sekunde noch verloren hast. Und genau dafür musst du dich eben und vor allem auch dein Geld schützen. Emotionen dürfen deine Entscheidungen nicht beeinflussen. Das bedeutet keine impulsiven Wetten, keine Wetten aus Frust oder Wut, nur kluge, rationale Entscheidungen, die auf Fakten und Strategien basieren. Aber wie legt man so eine Bankroll fest? Ihr müsst einen Betrag festlegen, den ihr bereit seid zu verlieren, ohne dass es eure finanzielle Situation beeinträchtigt. Dieser Betrag sollte nicht euer gesamtes Geld sein, sondern ein Betrag, mit dem ihr euch wohlfühlt und den ihr langfristig investieren könnt. Warum ist es so wichtig, diese Grenze nicht zu überschreiten? Nun, also abgesehen davon, dass es finanziell riskant ist, seine Grenzen zu überschreiten, kann es auch zu emotionalen oder irrationalen Entscheidungen führen. Wenn ihr eure Bankroll überschreitet, dann setzt ihr euch einem größeren Verlustrisiko aus und verliert möglicherweise die Kontrolle über euer Bankrollmanagement. Sagen wir zum Beispiel, du verdienst gutes Geld, hast ohne Probleme meinetwegen 500 Euro über, die dir jetzt auch nicht wehtun würden, wenn sie jetzt nicht mehr da wären, dann wäre das eben zum Beispiel dein geeignetes Startkapital. Lass uns nun verschiedene bewährte Strategien für ein effektives Bankrollmanagement betrachten. Es gibt mehrere Ansätze, aber ich werde mich hier auf drei Hauptstrategien konzentrieren. Die feste Einsatzstrategie, die prozentuale Einsatzstrategie und die Kelly-Formel. Jeder hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, also lass sie uns genauer betrachten. Ich stelle dir jetzt die wichtigsten Methoden genau vor, aber bleib auch unbedingt danach noch dran, denn ich werde dir noch Beispiele zeigen, mit denen du teure Fehler vermeiden kannst. Erstens kommen wir zur festen Einsatzstrategie. Diese ist besonders geeignet für Anfänger. Bei dieser Strategie setzt du immer denselben Betrag auf jede Wette, unabhängig von der Höhe deiner Bankroll, den Quoten des Spiels oder wie sicher du dir dabei bist. Der Vorteil hier ist ganz klar, es ist einfach zu verstehen und umzusetzen. Du hast eine Risikokontrolle und kannst nicht aus Versehen zu viel Geld auf eine einzelne Wette setzen. Auch wenn du Wetten sehr gut einschätzen kannst, kannst du schnell mit unterschiedlichen Einsätzen mehr Schaden als Vorteil für dich einrichten. Als Anfänger kannst du dies so sehr gut vermeiden. Die Nachteile bei dieser Strategie sind dann aber natürlich, dass du bei goldenen Gelegenheiten und vermeintlich großen Fehlern der Buchmacher nicht den maximalen Gewinn rausholen kannst. Deine Bankroll wird zwar konstant wachsen, aber nicht in der optimalen Geschwindigkeit wie bei den fortgeschrittenen Methoden. Die zweite Strategie ist die prozentuale Einsatzstrategie. Diese ist geeignet für fortgeschrittene Wette mit einiger Erfahrung. Hier setzt du einen bestimmten Prozentsatz deiner Bankroll auf jede Wette. Dieser Prozentsatz kann je nach deiner Risikobereinschaft variieren. Grundsätzlich solltest du aber niemals mehr als 5% deines Kapitals auf eine Wette setzen. Du solltest dir einen Standardwert festlegen, beispielsweise 2%. Ist die Wette jetzt lukrativer als dein Standardeinsatz, kannst du zum Beispiel 3% setzen. Hast du Zweifel, zum Beispiel durch eine Verletzung, kannst du deinen Einsatz aber auch einfach auf 1% reduzieren. Hierbei sind die Vorteile zum einen die Flexibilität. Ihr könnt euren Einsatz an die Größe eurer Bankroll und die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses anpassen. Zudem habt ihr potenziell höhere Gewinne. Wenn eure Bankroll wächst, dann könnt ihr mehr Geld auf Wetten setzen, was zu höheren potenziellen Gewinnen führen kann. Die Nachteile hierbei sind aber zum einen die Risikobewertung, denn es fordert eine genaue Einschätzung der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, um eben den richtigen Prozentsatz festzulegen. Zudem habt ihr dadurch auch eine größere emotionale Belastung, da bei größeren Einsätzen eben die Emotionen stärker ins Spiel kommen können, was zu impulsiven Entscheidungen führen kann. Du kannst dich schnell ärgern, zu viel und zu wenig Einsatz gewählt zu haben. Durch deine falsche Entscheidung kannst du den Profit auch langfristig verkleinern, anstatt zu steigern. Deshalb solltest du diese Methode auch nur mit gewisser Erfahrung anwenden. Wenn du wissen willst, wie man vom Anfänger zum Sportwettenprofi wird, dann schau auch unbedingt das Video, das ich dir jetzt hier oben verlinke. Hier erzählt dir Billy mal seinen kompletten Wettegang. Machen wir weiter mit der dritten Strategie, und zwar die Strategie der Kelly-Formel. Diese Strategie basiert auf einer mathematischen Formel, die den optimalen Einsatz für eine Wette berechnet, basierend auf der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses und den Quoten. Diese Methode ist vor allem für sehr fortgeschrittenere Sportwetter und Profis geeignet. Deswegen werden wir hier auch nicht zu tief in das Thema reingehen. Solche Themen erklärt dann Billy vor allem unseren Membern im Coaching. Die Vorteile hierbei sind zu einem die Maximierung der Gewinne, denn die Kelly-Formel hilft euch dabei, eure Einsätze so zu optimieren, dass ihr langfristig die höchsten Gewinne erzielt. Zudem hat man eine bessere Risikokontrolle. Es berücksichtigt sowohl die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, als auch die Größe eurer Bankroll, um das Risiko zu minimieren. Man hat aber natürlich auch Nachteile hierbei. Zum einen die Komplexität, denn die Berechnung der Kelly-Formel erfordert ein gewisses Maß an mathematischem Verständnis. Und das kann eben für einige Wetter eben schwierig sein. Zudem hat man auch eine gewisse Fehleranfälligkeit, wenn eure Schätzungen der Wahrscheinlichkeit oder der Quoten falsch sind, dann kann die Kelly-Formel eben auch zu fehlerhaften Einsätzen führen. Zusammengefasst, jede dieser Strategien hat ihre eigenen Vor- und Nachteile und die beste Strategie für euch hängt eben von eurem persönlichen Vorlieben oder eurem Risikoprofil und euren Zielen ab. Es ist wichtig, verschiedene Ansätze zu verstehen, denjenigen zu wählen, der am besten zu euch passt. Nun wollen wir uns den häufigsten Fehlern zuwenden, die viele Wetter beim Bankrollmanagement machen und wie ihr sie vermeiden könnt. Als erstes, Verfolgen von Verlusten. Ein klassischer Fehler ist es, Verluste zu verfolgen, indem man größere Einsätze platziert, um die vorherigen Verluste auszugleichen. Dies kann zu einer Abwärtsspirale führen, die eure Bankroll extrem schnell auffressen kann. Wie vermeidet man das? Bleibt diszipliniert und haltet euch an euren vorher festgelegten Einsatzplan. Akzeptiert, dass Verluste Teil des Spiels sind und versucht nicht, sie durch riskante Wetten wieder gut zu machen. Als zweites, Wetten aus Emotionen heraus. Ein weiterer häufiger Fehler ist das Platzieren von Wetten, basierend auf Emotionen wie Wut, Brust oder Euphorie nach einem Gewinn. Emotionale Wetten führen oft zu irrationalen Entscheidungen und schlechten Ergebnissen. Wie vermeidet man das? Lernt eure Emotionen zu kontrollieren und trennt sie von euren Wettentscheidungen. Macht eure Wetten basierend auf Fakten, Statistiken und von einer Strategie, nicht auf impulsiven Gefühlen. Der dritte Fehler, die Vernachlässigung der Bankroll. Ein weiterer Fehler ist es, die Größe eurer Bankroll zu vernachlässigen und zu vergessen, eure Einsätze entsprechend anzupassen. Dies kann dazu führen, dass ihr zu viel Geld auf einzelne Wetten setzt und eure Bankroll überstrapaziert. Wie vermeidet man das? Überwacht regelmäßig eure Bankroll und passt eure Einsätze entsprechend an. Behaltet eure finanziellen Grenzen im Auge und überschreitet sie nicht. Lasst uns nun die Theorie in die Praxis umsetzen und anhand eines realen Beispiels zeigen, wie ihr zwei der vorgestellten Strategien anwenden könnt. Dies wird euch helfen, das Konzept besser zu verstehen und zu sehen, wie es in der realen Welt funktioniert. Angenommen, ihr seid ein Fußballfan und möchtet jetzt auf ein Spiel der Bundesliga wetten. Ihr habt eine Bankroll von 1000 Euro und wollt die prozentuale Einsatzstrategie oder die feste Einsatzstrategie anwenden, um eure Wetten zu platzieren. Nach gründlicher Recherche habt ihr festgestellt, dass ihr drei Matches vom aktuellen Spieltag wetten wollt. Die Wahrscheinlichkeit für Sieg eures favorisierten Teams A siehst du bei 60%, bei Team B siehst du 70%, bei Team C sogar 80%. Bei allen drei Matches bekommst du eine Zweierquote auf den Sieg deines Teams. Folgst du der festen Einsatzstrategie, würdest du hier ganz simpel auf jedes Spiel zum Beispiel 3% deiner Bankroll setzen, also 30 Euro, auf Team A, Team B und Team C. Bei der prozentualen Einsatzmethode läuft es dann anders für dich. Hier würdest du deinen Standardeinsatz auf Team A setzen, also zum Beispiel 20 Euro, da du bei Team B aber eine größere Wahrscheinlichkeit siehst, würdest du hier 3%, also 30 Euro. Und bei Team C würdest du 4%, also 40 Euro setzen. Jetzt hast du die Spiele gut eingeschätzt und Team B und C konnten gewinnen. Mit der festen Einsatzmethode hast du dann 20 Euro Profit erwirtschaftet, mit der prozentualen Einsatzmethode hast du sogar 50 Euro Profit erzielt. Du siehst also, wenn du die Wahrscheinlichkeit gut einschätzen kannst, ist diese Methode langfristig definitiv ein Vorteil. Hättest du jetzt Team A 4% gegeben und Team C 2%, hättest du aber nur 10 Euro gewonnen und wärst mit der festen Einsatzmethode deutlich besser gefahren. Wenn dich das ganze Thema Sportwetten interessiert und du wissen willst, wie man langfristig mit Sportwetten ein Nebeneinkommen aufbauen kann, dann sichere dir unbedingt deinen gratis Call für unser 1 zu 1 Sportwettencoaching. Ich verlinke dir das Ganze einfach mal unter dem Video und in der Videobeschreibung. Also unbedingt mal nachschauen, wenn dich das ganze Thema Sportwetten interessiert. Ich hoffe, du konntest viel aus diesem Video lernen und du bist jetzt auch bereit, dein Bankrollmanagement ernst zu nehmen. Denk daran, diese Tipps können dir wirklich dabei helfen, deine Gewinne zu maximieren und deine Verluste zu minimieren. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr solche Inhalte sehen möchtest, dann vergiss doch nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken und zu teilen. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.